Willkommen zurück zu YabuzaZero, den Ort wo wir unsere Hauptkästler mal verfolgen. Oh, da mal kurz noch mal in die Videobude gehen. Das Video drehe ich jetzt auch nur durch. Guten Tag. Möchtest du ein Video gucken? Natürlich. Was möchtest du gucken? Achso, das Video ist ja noch gar nicht fraglich. Wie habe ich das letzte Mal geguckt? Gucken wir uns Ayu Sakurai an. Was gibt das jetzt denn? Ich habe krank mit so viel Geld, ich habe gerade so auf. Ich habe nur noch so ungefähr 6000 mal Video geguckt. Aber schön, wie die Taktücher daneben stehen. Ja gut, habe ich noch mal gesehen. Hat dir das Video gefallen? Ja, war nicht schlecht. Bitte komm wieder. Ja. Toll. Ich weiß noch nicht, was es bringt mit dem Video Typen irgendwie Freundschaften aufzubauen. So, Hauptquest. Müssen wir auch mal weitermachen. Ich weiß nicht, wie es den Typen so geht. Den guten Doktor. Keiner mehr da. Aber auch keine Leiche. Er ist weg. Wo soll das denn hin? Mit den ganzen Löchern im Körper. Oh, das wartet jetzt doch immer wieder sein Attentatsmesser her. Das ist geil. 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 Das war es... sehr, sehr, sehr. Das ist geil. Das Du kannst kurz schlafen. So, wir hatten ja noch nicht Biker. Die sieht so aus, als hätte sie einmal zu viel Make-up drauf. Also die anderen auch, aber bei ihr richtig doll. Joy the Video. Soft demand. Die Musik ist ja schon mal vielversprechend. Naja. Die erste war bis jetzt tatsächlich die beste. Hat die Skitty gefallen? Ja, war nicht schlecht. Bitte komm wieder. Yay. Zufriedenheit. Ich mach das ja natürlich nur für die Quest, selbstverständlich. Haben wir da oben das Telefon gewechselt? Hey, äh. Welche heißen Mädels gefunden? Einige. Dann lass uns ein paar Infos tauschen. Ach, jetzt komm die jedes Mal raus, oder was? Huh? Was? Also, ist das dein Typ? Das hätte ich nie gedacht. Ähm, hast du ein Podium mit? Äh, nichts. Das ist nur, weißt du, ist das, äh, man sollte ihren zweiten, äh, zweiten Blick hören. Wie auch immer. Äh. Lass dich, äh, lass mal dein, lass mal deine Version hören. Ähm, sicher. Äh. Das ist ungefähr alles. Viel zu viele. Äh, wie zu, wie, das ist. Äh, wie durstig bist du? Ähm. Was ist das? Das ist so die Oberseite des, das ist, das ist die Spitze des Eisberges. Äh, verdammt, du gewinnst. Was ist denn? Äh, ich habe, äh, noch nie über diese Sache gesprochen. Das ist, sehr seltsam, wenn zwei Kerle sich darüber unterhalten, weißt du? Wie meinst du das? Das, äh, das, das Verlangen, äh, das Verlangen von Sex ist nichts, äh, worauf man, äh, sich schämen sollte. Jedermann hat das. Äh, ich bette, ich bette, du fühlst dich gut danach, äh, wenn man du das, die Art von Mädel sprichst, die dich anmacht. Äh, ich fühl mich zumindest ein bisschen erleidert. Siehst du, dass, äh, kein, kein Grund daraus ein großes Geheimnis zu machen. Erzähl es der ganzen Welt. Äh, vielleicht hast du einen Punkt. Rosaka ist ziemlich, äh, irre. Äh, es gibt keine Möglichkeit, so viele Orte und Mädels auseinanderzuhalten, oder? Naja, das, äh, wir müssen uns nur austauschen, das macht es einfacher. Ja, natürlich. Na gut, äh, mein Monster brüllt, ich muss es erschlagen. Oh Gott. Äh, dieser Typ. Der Typ hat die Ausdauer eines Pferdes, ja. Ich muss mal zum Sega Hightech-Land laufen und mir die, die Frau mit der Uniform angucken. Aber erstmal muss ich wieder zum, warte mal, Moment, ich muss hier wieder eingreifen, glaube ich. Da, 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 ich brauche Hilfe. Ich glaube, das bringt wieder, das bringt Kompletion-Completion-Points. Ja, Junge. Diese Powerintakt lohnt sich bei denen überhaupt nicht. Die haben keine Nählpung dabei. Das ist vor allem immer das Gleiche, das ist mega langweilig. Das ist mega langweilig. Vielen Dank. Pristine Skin. Frische Haut? Hm, ne, ich weiß ja nicht. Hm, das ist die Toilette. Ja, ja, das hab ich jetzt zurückgeschrieben. Das glaube ich jeden Tag, am Ende treffe ich dann wahrscheinlich die Person, was dann irgendwie in der Schule liegen muss oder so. Welches, dieses Geschreibs ist unser Austausch? Äh, what do you like? Das ist, äh, was sehe ich das? Meine Antwort war, ich trage einen Anzug und die hat eine Antwort getragen. Hey, das ist eine Antwort und ich mag das. Ähm, wenn du diese Messer stimmst, kannst du mich, äh, im Phoneboost in Chufuku West besuchen. Ich kann nicht, äh, ich kann es kaum abwandlich zu treffen. Was? Die Einzelnen, die mich treffen? Ich habe eine Rote Rose in meinem Lepel? Reverse. Ich werde warten. Hm, die, die einsame, die einsame Frau ist Rina, äh, genannt. Ich, äh, hätte nicht gedacht, dass ich eine Konversation auf ein, äh, Graffiti austausche. Ich habe ja keine freundlichen Messer-Männer, weil es Nacken, die sich einsame können? Anscheinend nicht. Die Nachricht sieht, äh, sieht neu aus. Ich sollte besser zur, äh, Telefonzelle in Chufu Dingsbums, ich glaube, der Westen laufen. Woher das ist, aber ich glaube, eine andere Quest führt mich auch dahin, weil da das Untergrund Dingsbums ist. Also, das Mayong-Spiel, Bude. Ja, ich kann es weichen, das ist schön. Ha, die 80er Jahre, das, das war eine andere Zeit, das ist, äh. Ah. Label ist übrigens auch kein Wort, was ich kannte. Wird mir das überhaupt ausgesprochen? Lepel. Lepel. Oh Gott. Das hätte ich falsch ausgesprochen. Ich möchte keinen Mayong spielen, weil ich von Mayong keine Ahnung habe. Ich weiß nicht, welche sich zuerst was letztendlich sind. Was hieß, ich wollte jetzt im Sieger-Sieger-Heitechland. Wo ist denn das hier überhaupt? Casino? Das war irgendwo an der Ecke, glaube ich. Ach genau, hier ist das Phone-Boost, wo ich ihn möchte. Phone-Quest. Das war eine Quest. Hm? Hast du meine Quest? Achso, das darfst du wahrscheinlich. Dann muss ich wieder zurücklaufen. Da ist das Odyssey-Warehouse. Wo ist denn das Sieger-Heitechland? Das war doch hier irgendwo. Was ist auf der anderen Ding? Das muss ja so ein Entertainment. Ach, hier ist das Sieger-Heitechland. Das ist komplett woanders. Irgendwie ist das Sieger-Heitechland. Das ist näher dran als das andere. Mal gucken, ob ich dir jetzt wirklich Frauen klotzen kann. Warst du überhaupt schon geboren in den 80ern? Nein. Na? Ach komm, ich versuch's einfach. So viel Geld hab ich grad nicht bei. Was soll schon schiefgehen? Hey, du. Mein Name ist Ö. Der ultimative Plan. Oh, okay. Also, was möchtest du eigentlich sagen? Ich mag deinen Tunfer nicht. Und dein Gesicht. Was ist dein Problem, Arschloch? Hey, das ist das... Was ist das mit dem Kompl... Plötzlich Aggression, Bursche. Nimm mal... Nimm mal einen Schritt zurück und ne Schildpille. Oder was auch immer dich verletzt hat. Was? Was für zu... Willst du was von mir? Das werde ich zurückzahlen. Und das meine ich wortwörtlich. Gib mir dein Geld. Oder sonst. Was? Äh... Es ist, dass diese Stadt braucht. Noch ein Shakedown-Typ. Bist du ein bisschen stark oder was? Dann zeigen wir, was du hast. Oder ich hau dich zusammen. Na, du wirst schon sehen. Das ist ein Fehler, mich anzugreifen. Mr. Shakedown. Kenji. Ich hab ja ein bisschen Angst vor Mr. Shakedown. Was? Das ist doch lächerlich, wie viel Schaden der einfach nur macht, ne? Die Neu kostet halt Reggelix. Was. Oh, er wechselt den Ziel, das finde ich nicht gut. Die Hasen-Food-Taktik ist übrigens erstaunlich effektiv gegen ihn. Da geht er down! Ich habe 4,6 Millionen von ihm gekriegt. Ich denke an 5 Ball. Verdammt, mein Geld! Du hast all mein Geld genommen! Ach, verdammt! Das ist bloß in dich gefahren, dass das, äh, das ist bloß nicht so ein großes Ding daraus gemacht. Guck dir dein eigenes Geschäft an, das ist, äh, zurück zum Feld 1 für mich. Ich muss mein, äh, ich werde mein Geld von dir zurückzriegen und von jemand anders. Ich habe mich auch nur... keine Ahnung, was es mit diesem Typen auf sich hat, aber... ...der war kein normaler Straßenschläger. Ich sollte besser auf ihn aufpassen, wenn ich ihn nächstes Mal sehe. Ja, sollte ich. Soll ich das läger Hightech lernen, oder? Ja, genau. Hier kann ich was machen? Frauen anklotzen? Das ist dann... Haben ja liebe Zeit. Mhm. Genau. Achso, er spielt und sie sitzt langweil daneben und guckt sich das an. Tja. Kein Wunder, dass die Bevölkerungsrückgang haben. Hm. Ich glaube, das wäre deutlich spannender für die Frauen, wenn die mitspielen würden. Nicht nur doof zugucken. Ha. Na ja, schön, dass wir sie jetzt angeguckt haben. Klasse. Das läuft aber auch. Heeeh. Ich hoffe, dass wir das mal so abgehen finden. Der war doch gleich irgendwo ein auf dem Weg, oder nicht? Wenn die Heiltränkverluste werden, spielst du bei der nächsten... Oh. Yay. Eine Typ A-Karte. Oh. Yay. Der hat 54 Millionen bei? Wie viele Heiltränke habe ich noch? Eigentlich genug. Das könnte man so sein. Oh. Ah. Den kennen wir glaube ich schon, oder? Komm mal, ey. Hey. Freund. Nicht du schon wieder. Willst du mich jetzt überfallen, oder was? So ein Bogo ist großartig, weißt du? Der ist... Da ist so viel Geld, dass man sich greifen kann. Also gib mir einfach deins. Äh, ich... Alles, was ich dir geben kann, ist ein... Das ist ein Zusammenschlagen. Hau ab. Vergesse ich irgendwas? Ich, äh... Ich weiß... Ich hab's wohl zu leicht gemacht beim letzten Mal, aber heute wird's komplett anders sein. Na denn? Komm mal her. Ich werd' dich wie ein Pancake Club machen. Den kennen wir glaube ich schon. Warte mal, ich brauch' kurz mein Equipment anpassen. Ich hab' ja grad diesen Zoomer dran. Äh, dann hab' ich bestimmt mal was, dass ich austauschen kann, was mir Schutz gibt. Defense... Defense 3, das sieht gut aus. Hätte ich jetzt gar... Feierabend. Ich hab' ja lauter Sachen, die mir halt Schutz vor... vor Vogeln geben, aber... Ich hab' gar nicht so viele Sachen, die mir Schutz geben können. Keo hat da mehr bei. Na gut. Alter... Kommen wir hier noch Stamina Royale? Alter... Kommen wir hier noch Stamina Royale? Was ist der Typ für einen Schaden drückt? Er hat vor allem noch den doppelten Lebenspunkt gebunden, ne? Was ist denn da grade? Hab' ich nicht grade geblockt? Er macht halt immer so viel Schaden auf einmal. Das macht das ein bisschen schwierig. Das Gelände hier ist auch so ein bisschen schwierig. Ne, die andere Kampfziele ist sehr schlecht für mich. Uh! Wow! Ah! Alter! Ah, Tafelstor. Ich weiß nicht, dass diese Typen einen Heidring gegrabseln. Gar nicht mehr so viele. Alter! Ich weigere mich an diesen Typen zu sterben. Der hat 54 Millionen bei. Leider dat! Ah, jetzt geht's langsam mit dem Ende zu. Boah, Alter. Ja. Viel zu viel Schaden. So, den haben wir. Okay. 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 Das ist ziemlich stark. Das macht mich, dass ich dein Geld noch mehr haben möchte. Na gut. Nächstes Mal, wenn mir das Geld ausgeht, werde ich dich ganz oben auf meine Überfallliste packen. Was zur Hölle? Du wirst der Held von Sotenbori sein. Wenn ich genug Cash hier kriege, dann werde ich all die anderen wehrlosen Bürger allein lassen. Guter Deal, oder? Ich weiß nicht, das ist ein ziemlich schlechter Deal für mich. Sotenbori macht sehr viel mehr Spaß, seit es dich gibt. Wir werden uns wiedersehen. Oh Mann. War vielleicht doch nicht so gut, den Typen zu verprügeln. Aber. Kawabashi war stärker als vor. Ich, äh. Wenn er weiter besser wird, dann werde ich nächstes paar Schwierigkeiten haben, ihn zu besiegen. Ich, äh. Sollte mir also Mühe geben. Jetzt kann ich vor allen Dingen, dass wir meine 50 Millionen hier in den neuen Skill legen, oder? Das kann ich mir bestimmt. Weapon Durability ist mit mir gar nichts. Weapon Master Bad. Ah. Weapon Durability will one drop when wielding a bad, as long as you main can. Achso. Na gut. Ich kenne Hilfe. Das hat. One Handed Stick. Das Ding ist, ich benutze die Nunchakus hier. Essens auf der Slugger. Das ist eine sehr gute volle Bronze. Also. Du brauchst hier die Defense, wenn er ein Ding ins baut. Das. Heat Waze. Heat Detention. Ah, das. Jetzt kannst du dir zwei Packen Kaummi kaufen? Bestimmt. Oder einmal die Energy übrigens, die ich hier gerade hatte. Na gut. Dann hatten wir zumindest das. So. Jetzt bin ich aus der Apotheke und wir haben meine Vorrede wieder auffüllen. Sonst ist hier recht schnell bald der Ofen aus. Aber ich glaube hier ist ein, oder? Ist das eine Apotheke? Ich kann das nie erkennen, weil diese ganzen Asia-Läden immer mega bunt sind. Aber das ist anscheinend ein Drugstore. Das macht es halt ein bisschen schwierig. Hier irgendwie das, äh, das richtige Zeug zu kaufen, oder? Ja. Wir sind auf jeden Fall fertig für heute. Was hatte ich hier gerade getrunken? Ich hätte noch was besseres, oder? Stamina Royale? Stamina Charge Up Your Health and Heals Dramatical. Also das macht beides. Ich habe vorher Taftens Emperor gekauft. Und das gibt mir ja nur einen Health-Bus. Also Stamina Royale ist tatsächlich noch besser. Na? Einmal das Inventar voll mit Heilträgen. Danke bitte. Für knappe... 144.000, ne? Das ist halt so wenig Geld im Vergleich zu dem, was ich durch den Kampf gewonnen habe. Obwohl ich durch all meine Heilträgen durchgelatscht bin. Das schickt mir kein Verhältnis zum Gewinn, ne? Na gut. Mehr Gewinne beim nächsten Mal. Ciao.